Halli Hallöchen, Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo Let's Play Wo wir euch darüber informieren, dass Dado ein Lappen ist Dado, 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 Dado Es sind wirklich sehr viele Es ist ganz schwarze Nacht, das ist Neumond Neumond Nur auf der Seite tue ich gut Ja, das ist alles normal Also nein, der Grund ist dieser hier Ich kann aus Versehen mit der Testversion von ScreenFlow aufgenommen Anstatt Vollversion von ScreenFlow Und ich bin zu dumm gewesen, die Testversion zu löschten Nachdem ich eine Vollversion bekommen habe Und dann kann ich aus Versehen mit der Testversion Jetzt steht im Video eine ganz große Testversion drin Und er will es nicht abloaden Nein, das ist scheiße Ich könnte euch jetzt schnell von dem Abschnitt zeigen Wie es aussieht So Aber nach dieser Folge haben wir noch weiter aufgenommen Ja 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 Und das ist jetzt zugebaut Seht man nicht Das ist geheim Das ist geheim Das ist das Bein Also in der Folge, als der Brandon gemacht hat, ist das Dach wieder gebaut worden Oder das Dach angefangen, glaube ich Erst Und ich habe hier nochmal ein neues Feld gemacht Das sind, glaube ich, Rüebeln. Glaubst du? Ja, das sind Rüebeln, Weizen, Harderöffel. Das sind alles Weizen und das sind... Nein, das sind Rüebeln. Nein, umgekehrt. Nein, du hast gesagt, ich muss... Scheiße, ich muss... Das sind Harderöffel. Nein. Das ist Weizen. Das sind Rüebeln. Nein, du hast gesagt, ich muss... Halt einfach bei der Größe... Bei der Größe... Ja, aber es ist noch nicht geändert. Stimmt, stimmt, scheiße. Ja, ansonsten ist alles nicht so passiert. Oh, scheiße. Nein, mich hat ein bisschen... Das Dach gesehen. Ja, scheißegal. Nein, mich hat nur ganz wenig gesehen. Jeb, scheißegal. Und... Und man sich wundert, wieso... Wieso... Da... Also ein mega grosses Screeperlöchchen drin ist. Das werdet ihr in einer der nächsten Folgen erfahren. Alter, die Scheisse... Alter, die Scheisse... Der Scheisseknopf bist wieder drunter, oder? Glaub es nicht. Andi, ich hasse dich. Okay. Ich komme aber nicht auf klar auf den Knopf oben. Ich komme mir dort nicht durch die Kacktöre. Du bist einfach ausgeschnitten. Okay. Das ist das Info-Video gewesen. Bis morgen um 5 Uhr wie immer. Bye. Undi sagt tschüss. 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 Bye. Gut. Also. Also. Ähm.